Ja hallo, ich begrüße Sie zum Let's Play beim Wortspielen. Also ich bin bei 10,41. Probleme, die ich gelöst habe oder Worte, die gefunden wurden. Mein Guthaben liegt bei 7 Fantasiedollern. Ich brauche mindestens 120, um meine Buchstaben zu kaufen. Ja, der Wortbaum ist bei 36, also von 600. Okay, und mal spielen. Das sind also vier Worte. Das heißt, dass der Wortbaum dann auf 40 wäre. Sehen wir mal. Also vier Worte werden gesucht. Zwei, drei Buchstabige, ein vier Buchstabiges und ein fünf Buchstabiges Wort. Ebene 247, was immer das sein soll oder auch sein soll. Es ist mir nicht so richtig deutlich, ob das jetzt Schwierigkeitsebenen sind oder wie das grammatisch, germanistisch da zusammenhängt. Ja, die Worte sind bilden aus dem Buchstaben da unten drunter. Also aus dem A, als Vokal, aus dem Kontinamen D, T, S und L. Also haben wir da eine Stadt. Genau, da haben wir eine Stadt. Da haben wir die Stadt. Was mit dem das? Das geht nicht. Was mit der Tat? Das geht. Also das, das, das. Das ist ja, wir bauen dann ein vier Buchstabiges Wort. Wir testen. Wir testen. Wir testen. Wir testen. Wir testen. Wir testen. Wir testen.